So Leute, wir haben den 30. Juli 2013, 10.25 Uhr. Ich wollte eigentlich gestern schon ein Video machen, aber leider war ich gestern nicht so fit und hatte den Anschein, dass ich die 100 Kilo nicht schaffen werde. Deswegen habe ich einen Tag länger gebraucht und heute ist es genau eine Woche her, als ich das letzte Mal trainiert habe. Es war ja Dienstag und jetzt müssten die 100 Kilo gehen. Auf jeden Fall war ich gestern noch ein bisschen traurig, emotional, schockierend. Wegen dem Tod von Nick. Und wie gesagt, ihm widme ich jetzt die 100 Kilo. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Aber es wird schon passieren, okay? Lass mir mal die richtige Musik hier finden und dann geht's los. Es ist soweit. Ich denke an dich, Nick, und ich hoffe, dass du mir Kraft gibst. Was ist das? Ja. 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 Aber es ist das alles. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja. Ja. Das ist das. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das kann jetzt nicht wahr sein. Das kann jetzt nicht sein. Ich muss es noch mal probieren. Ich muss es noch mal probieren. Das kann es jetzt nicht sein. Wie es aussieht, habe ich die nur 70% gedrückt. Ich muss sie 100%ig drücken. Ich muss es noch mal probieren. Es will einfach nicht funktionieren. 5 Kilo. 5 Kilo. 10 Kilo. 10 Kilo. 10 Kilo. Das ist eine Enttäuschung für Nick, das ist eine Enttäuschung für mich, das ist eine Enttäuschung für uns alle. Das ist eine Enttäuschung für mich. Das ist eine Enttäuschung für mich. Das ist eine Enttäuschung für mich. Ich muss es noch mal probieren. 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 Das ist ein Enttäuschung für mich. Untertitelung des ZDF, 2020